Ein Zwischenfall auf einer Zuschauertribüne hat am Samstagabend für den Abbruch des Erstligaspiels zwischen SC Amia und OSC Lille in Frankreich gesorgt. Weil ein Sicherheitsgeländer nach einem Torjubel zusammenbrach, stürzten Zuschauer von der Tribüne. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei 18 Personen verletzt, drei davon schwer. Die verletzten Gäste-Fans aus Lille mussten anschließend auftragen aus dem Stade de la Liqueurne in Amia gebracht werden. Der Zwischenfall ereignete sich in der 17. Spielminute, nachdem die Fans über den Führungstreffer von Lille Svodeballo gejubelt hatten. Warum das Geländer brechen konnte, ist noch nicht bekannt. Das Spiel wurde infolge des Unglücks abgebrochen.